Auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Jean, bei dir war die Freude heute besonders groß nach diesem Sieg. Woran lag es? Definitiv. Ich bin immer froh, wenn ich gewinne. Es ist immer Freude, wenn man drei Punkte mitnimmt. War heute nicht ganz einfach der Sieg gegen Ravensburg? Vor allem in der zweiten Hälfte haben die euch schon schwierig gemacht? Ja, definitiv. In der Oberliga ist kein Spiel leicht. Es ist eine ausgeglichene Liga und wir gehören auch zu einer guten Mannschaft. Wir werden uns alles geben. Ravensburg hat uns in der zweiten Halbzeit ein bisschen schwerer getan, klar. Aber wir führten am 1 zu 0 und wenn wir das zweite Tor gemacht hätten, wäre das Spiel mehr oder weniger vorbei. Dann haben wir das Tor nicht gemacht und wir sind auch bis ins Spiel gekommen. Ja, wie war es heute mit der Leistung zum einen von der Mannschaft und wie zufrieden bist du mit deiner eigenen Leistung? Ja, mit meiner eigenen Leistung bin ich nicht 100% zufrieden. Aber ich gebe halt alles und die Mannschaft hat auch alles gegeben. Also wir sind auf einem guten Weg. Ihr versucht euch ja wieder nach oben zu arbeiten mit einer Serie vielleicht. Wie sieht es da aus? Wir versuchen eine Serie zu starten, definitiv. Aber wir lassen uns überraschen. Spiel zu Spiel. Also wir planen nicht langfristig. Wir gucken immer Spiel zu Spiel, wie sich entwickelt. Und was denkst du, was für ein Potenzial in der Mannschaft ist? Ein riesiges Potenzial. Spiel zu Spiel wird es immer besser. Das zeigt sich die Mannschaft. Da muss man abwarten. Langsam haben wir uns kennengelernt und es wird immer besser. Man braucht ja ein bisschen Zeit. Nächster Gegner war heute an der Tabellenspitze FC 08 Villingen. Ja, was meinst du, was das für ein Spiel wird? Lassen wir uns überraschen. Wir werden alles geben und hoffentlich fahren wir mit drei Punkten nach Hause. João, ich danke dir vielmals für das Interview und viel Erfolg. Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen. Auf select-gmbh.de.